Hola Amigos, wir sind wieder zurück mit unserem coolen Neuen Hut. Ich will dich aber nicht spielen. Tut mir leid, aber ich hasse dich. Fuck. Nur ein riese Kabel ist zu öffnen. Ach so. Da ist das Steintote von dem Willow-Bag sprach. Vielleicht lösen die Lichtstrahlen etwas aus. Aha. Oh fuck. Mir fehlt noch ein Seelenstein. Wo ist das? Die Krallen gewinnen. Oh, die letzte Arfe-Statue. Genau so, Skyländer. Es funktioniert. Glaube ich zumindest. Es war ein großer Fehler von dir, hierher zu kommen. Oh fuck. Netter Versuch. Stufenaufstieg. Ja, der will füllen von die Schmutzbolle. Jetzt belegt er Platz 1, der Skyländer. Was steht denn da? Seit tausenden von Jahren bewacht der Steinhüter, auch als der Grabaffe bekannt, den Roboter-Friedhof. Er zerstampft. Er zerstampft immer wieder lästige Roboter, die sich aus dem Schrott erheben wollen. Manchmal sieht man ihn auch, wie er riesige Bananen verspeist. Wie der erfolgreich steht nicht dort. Jetzt hat er mir die Bananen an, ne Donkey. Alt-Glum-Frank, ich brauche mal kurz hier. Takes. Oh, ich glaube, die habe ich sogar. Es gibt zwei von den Skyländer, die sich so ziemlich identisch aussehen da rum. Die Krallen gewinnen. Ouch. Oh, tut das sogar wirklich. Jetzt rassert. Und mich konzentriert in die Wobe. Hör zu, es ist wirklich wichtig, dass ich hier gute Arbeit leiste. Mhm. Ich kann mit Maschinen reden. Und das macht mich nicht gefährlich. Gefährlich. Du bist jetzt nicht. Ich bin jetzt. Oh, ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ah, seine Sachen bringen sich dagegen, also nur ein Bruder. Ah, mal kurz die Gose stehen, gucken wir auch, dass ich jetzt hier ziehe. Ah, naja. Ja! Oh! Oh nein! Halt! Zurück! Out! Ragnaufstieg! Ragnaufstieg! Fertig! Oh nein! Was hat euch der böse Affe angetan? Hm, was würde Lord Chaos jetzt tun? Was? Wie bitte? Plan B? Gut, okay. Beginnt mit Plan B! Ich glaube jetzt kriegen wir Stress. Ich glaube jetzt kriegen wir Stress. Kehr um bevor es zu spät ist! Wobei es ist wahrscheinlich schon zu spät! Ja! Fieser Glamshanks! Ja! Meine Dienertage sind vorbei! Ich habe jetzt Kräfte von denen selbst ich vorher nichts wusste! Keine Spitzen! Oh! 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 Ich weiß! Ich werde diese Spitzen los! Es wird Zeit den Skylandern ein Ende zu bereiten! Kaputt machen wir es! No! Ich habe eh nicht hin! Nö! Du bist zu spät, Skyländer! Nein! Also ich habe hier eine provokation aus. Ja, ja, sie sind sehr verzweckt, nicht wahr? Die Spitzen müssen hier weg. Oh, was würde Chaos tun? Ich hab's... Schergen! Sag ich auch. Stopp, die Skyländer! Oh, oh. Arkeanischer Schlagring. Ah, der jagt sich hier gegenseitig um. Ich kann alles und niemand kann mich stoppen. Hahaha, keine Spitzen! Oh, Lord Chaos wird das gar nicht gefallen. Ja, nein. Nein, auf gar keinen Fall. Nein. Ich lasse mich hier. Ich kapiere mich auf gar keinen Fall. Ich kann jetzt Maschinen mit dem Verstand kontrollieren. Ich schnappe zu. Ich schnappe zu. Ich schnappe zu. Habt ihr nicht gesehen. Yes! GG ohne zu wechseln. Bam! Richtig geil. GG Leute. Oh. Oh shit. Reiß dich mal zusammen, Clumpshanks. Du schaffst das schon. Du bist fies genug. Willst du etwa wieder Chaos dreckige Socken waschen? Das ist sie. Das ist deine Chance. Wem will ich was vormachen? Das ist die Chance. Kein. Ich bin mir ohne notrehe. du hast du mich gerufen Du warst nachlässig, Chaos. Nun, mach dich bereit für... Was? Für was? Deine... Meine Verdammnis! Das ist es nicht, oder? Deine... Mutter! Boah. Mutter! Natürlich! Du hattest ja schon immer diesen Drang zur Dramatik. Das findest du jetzt wohl komisch. Oh ja, sehr komisch sogar. Du solltest dich mal sehen. Oh, Glamshanks, Schätzchen. Mein Sohn misshandelt dich also immer noch? Ja, ja, bla bla. Was willst du, Mutter? Ich habe zu tun. Oh, lach doch mal, Chaos. Was nützt es, so überaus fies zu sein, weil man es nicht genießen kann? Weißt du, als ich die Wolkenbruchinseln angriff, hatte ich ein fieses Grinsen im Gesicht? Pah! Das ist 100 Jahre her! Und... Gescheitert! Gescheitert? Ha! Dank mir wurden die Skylander verbannt, und die Wolkenbruchinseln waren über Jahre hinweg völlig ungeschützt. Weißt du, Chaos, du hast mir gesagt, dein Plan wäre ganz einfach, aber deine große Invasion war viel zu offensichtlich. Und nun sind die Skylander zurück. Ähm, sie hat recht, Meister. Ruhe! Ich werde die Wolkenbruchinseln erobern, und zwar auf meine eigene fiese Weise. Danke fürs Gespräch, Mutter, und deine unerträgliche Übermutterung. Chaos, ich... Das lief doch ziemlich gut, Sir. Große Invasion! Ich zeig' ihr eine große Invasion! Ruf meine Piraten-Griebers! Oh! Schön, dich wieder in Holzhausen zu sehen, Skylander. Auf den ganzen Wolkenbruchinseln erzählt man sich von deinen Heldentaten, und viele haben ihre Hilfe angeboten. Yeah! Snagglescale ist hierher gekommen, um uns persönlich zur Seite zu stehen. Er sagt, er kann deine Kampfkünste aufbessern. Du solltest sofort bei ihm vorbeischauen. Die Arenen... nice! Bei denen werden wir nächste Folge auf jeden Fall vorbeihaben. dass ich das Video jetzt so nicht beenden möchte, da ich einige Sachen rausschneiden muss. Hallo, Skylander! Bist du bereit, physische Perfektion zu erreichen, die es mit meiner aufnehmen kann? Zehn Prozent Rabatt haben wir schon oben. Warte, was? Ich kann mich in so einen Schatten verwandeln, wenn ich bedrückt halte. So, welche nächsten Paar machen wir jetzt auch auf- und aufzunehmen. Geil, fast Level 6 mit dem Skylander. Werden wir... Ich glaube, ich werde den nicht für die Arena benutzen. Ich werde den für... Ich werde einen anderen für die Arena benutzen, aber... War ganz geil! Bis zum nächsten Mal! Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü